Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn wir mit dem Reservekanister unterwegs sind, dann ist höchste Alarmstufe, dass wir wirklich dem Leben entgleiten und das Leben mit uns machen kann, was es möchte. Ich sag dir, er will nicht dein Reservekanister füllen, er will dein ganzes Leben füllen. Wir sind ja mit jeder Israelreise mal kürzer oder kürzer. In der Wüste, natürlich tags in der krassen Wüste mit Reichweite zum Bus, wo es immer Wasserflaschen gibt. Und auch abends in ganz tollen Hotels, wo es alles gibt, was der Mensch braucht oder auch nicht braucht. Und da ist es eine wunderbare Sache, die Wüste zu erleben. Aber wir machen auch einmal Kamelreiten. Das ist so eine schöne Sache für Touristen. Muss man einmal gemacht haben, zweimal nicht unbedingt, ist sehr unbequem. Aber man muss es einmal gemacht haben und von der Seite her ist es eine schöne Sache. Und ich möchte darauf kommen. Kamele habe ich mir sagen lassen. Kamele können 30 Tage ohne Nahrung auskommen und 14 Tage ohne Wasser. Also das ist eine Leistung. Was ich aber auch gehört habe, wenn das rum ist, dann fallen sie richtig in sich zusammen und sterben, wenn sie nicht vorher Wasser tanken können. Ein Mensch kann 40 Tage ohne Nahrung aushalten, aber nur drei Tage ohne Wasser. Also Herausforderungen in dieser Zeit und in diesen Herausforderungen, ihr Lieben, da leben wir. Wie sieht es mit deinen Reserven aus? Wie sieht es mit deinen Reserven aus? Ich meine jetzt nicht, wie viel Wasser oder Kaffee oder Tee du heute Morgen getrunken hast. Wie sieht es mit deinen Reserven aus in deinem Geist? Wie viele Reserven hast du in deinem Geist oder lebst du von Sonntag zu Sonntag? Wie viele Reserven hat deine Seele? Wie viele Reserven hat deine Gesundheit? Und wisst ihr, das ist nicht nur gesund oder krank, sondern wenn wir nicht richtig mit unserem Körper umgehen, sind die Reserven verbraucht und Organe beginnen zu reagieren oder schwächer zu werden oder so weiter. Wir brauchen in Geist und Seele und Leib richtig vollgetankt. Haben wir aber nicht. Die letzten Jahre haben uns da ziemlich zugesetzt. Und deine Beziehung, wie viel, wie vollgetankt ist deine Beziehung? Wie viel, wie vollgetankt ist deine Ehe? Wie vollgetankt ist dein Berufsleben? Wie vollgetankt ist deine Fähigkeit zu vergeben? Wie vollgetankt ist deine Liebe, um sie weiterzugeben? Und wir haben in den letzten Jahren erfahren, dass diese Volltankung wirklich nicht mehr Volltankung ist, sondern Reserve. Und da lebt man aus der Reserve und jener Reserve. Und ja, irgendwo wird es schon gehen, meint man. Ich habe eine Aussage gehört. Wenn dich dein Tankstand nicht kümmert, hast du viel Zeit und keine Ziele. Und wie viele Menschen haben viel Zeit, um alles Mögliche zu tun, weil sie kein Ziel haben. Wann hast du das letzte Mal getankt? Wann hast du das letzte Mal getankt? Ich meine jetzt nicht dein Auto, sondern dein Leben, dein Geist, Seele und Leib. Tanken ist teurer geworden in unserer Welt, ja, aber auch das Tanken für deine Seele, für deine Gesundheit. Es ist teurer geworden. Ich möchte jetzt nicht sagen in Euro, sondern im Aufwand. Man muss sich wirklich konzentrieren und wollen, dass man auftankt, sonst dümpelt man gerade so vor sich hin. Und dann gibt es die Gespräche, du, mir geht es schlecht, oh, mir geht es schlechter. Du, mir geht es viel schlechter und du weißt gar nicht, wie es mir geht. Und das sind dann die Reservegespräche, wo nichts mehr da ist, wo kein Mut mehr, keine Hoffnung mehr da ist. Und schon vor der Pandemie waren viele Christen mit Reserve unterwegs. Ich erinnere mich immer an einen Menschen, der so alle Monat mal hierher kam und sagt, Daniel, ich komme immer wieder zum Gottesdienst, wenn der Tank leer ist. Das ist gut und schlecht. Gut ist, dass der Gottesdienst der Tank füllt. Schlecht ist, dass du, dass der unter der Woche und in seinem Leben nichts tut, dass der Tank voll bleibt. Es ist schön, wir können uns am Sonntags mehr konzentrieren darauf, aber du hast auch die Möglichkeit, zu Hause Zeit zu haben, um deinen Tank zu füllen. Und wisst ihr, ich habe hier so ein paar Kanister mitgebracht und in der letzten Zeit war ja mal Kanistermangel, weil es geheißen hat, wenn mal kein Strom mehr da ist, wenn Blackout da ist, gibt es keine Tankstelle mehr, die dir was geben kann, weil die Pumpen nicht gehen. Und wir kennen alle die Situation der Kanister. Und die Kanister, die ich hier habe, die sind richtig, richtig leer und die haben schon einiges mitgemacht. Und wisst ihr, und dann sind wir manchmal so unterwegs und ja, ich habe ein Kanister und in der Wüste und dann hast du die und jene Herausforderung und bist durch die ganze Zeit gegangen, hast gar nicht gemerkt, dass der Kanister leer wird. Und dann bist du in der Wüste und du brauchst Wasser und das ist alles. Und wisst ihr, und dann kannst du auch den Kanister wegwerfen, okay? Genau so kannst du ihn wegwerfen und sagen, alles leer, alles taugt nichts mehr, Gott, wo bist du? Warum kannst du das zulassen? Die ganze Welt ist durcheinander und was habe ich doch an dich geglaubt und nichts funktioniert mehr und so weiter und so fort. Und ja, eine Befragung hat ergeben, dass vor drei Jahren die Menschen gesagt haben, wir haben nur noch 30 Prozent der Kraft, der physikalischen Kraft, die wir vor drei Jahren noch hatten. Das ist sehr, sehr schwierig. Mich beschäftigt diese Veränderung in diesen Tagen von den Menschen. Wo ist der siegreiche Glaube? Die Glaube, wo mein Großeltern noch hatten, mein Großvater und da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Mein Großvater war nach dem Krieg unterwegs und hatte ein altes Auto und kein Geld zum Benzinkaufen. Er wurde eingeladen, im Schwarzwald eine Versammlung, hat man früher gesagt, ein Gottesdienst zu halten. Und es hat zugesagt, obwohl er nichts im Tank hatte. Noch ein paar Tropfen, so wie ich es gerade vorgeführt habe, ein paar Tropfen im Tank. Er ist losgefahren, seine Frau war mit ihm, mein Vater war mit ihm als Kind, war zu der Zeit, mein Vater elf Jahre alt, ist er mitgefahren und mein Großvater hat gebetet. Immer wenn es bergauf ging, gebetet, gebetet und es hat funktioniert. Und wenn wieder ein kleiner Abhang kam, Lob und Dank, danke Herr, dass wir auf den Hügel gekommen sind. So sind sie angekommen und sie hatten einen toller Gottesdienst und da war auch richtig Feuer drin nach dem Krieg. Da war es auch ein Verlangen da und war eine Freude da, Gott zu erleben. Und dann aber wieder diese Heimfahrt und das ist nicht wie bei uns schnell auf den Turmberg hoch, das sind über 100 Kilometer und wieder das Gleiche. Nur vom Schwarzwald heim gibt es mehr bergab wie bergauf, aber trotzdem, es läuft nicht, dort anschucken und in Karlsruhe ankommen funktioniert ja nicht. Also das gleiche Prinzip, gebetet und wieder gedankt und so weiter. Sind zu Hause angekommen, mein Opa, wer ihn noch kennt, war ein, da hat das Ganze, nicht nur das Gesicht gestrahlt, der ganze Körper hat gestrahlt. Und danke Gott, wie bist du gut. Und mein Vater dachte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Er ging in die Garage, machte den Tank auf und ja, dann hat er reingeschaut, hat noch mit dem Stecken reingeschaut und dann rannte er rein. Opa, also nee, Vater, Vater, stell dir vor, der Tank ist total ausgetrocknet. Und mein Großvater war sauer, sagt er, warum hast du jetzt den Tank aufgemacht? Das hätte jetzt funktioniert ohne Benzin. Ja, du möchtest jetzt sagen, ach, was ist das für eine Kindergeschichte und ja, hat doch vielleicht irgendjemand dem guten Mann etwas Gutes tun möchten und hat ein paar Tropfen rein und dass es funktioniert hat und oder vielleicht hat er auch nicht ganz nachgeschaut oder war im Tank noch so ein Hohlraum, wo er rüber geschwappt ist und so weiter. Liebe Freunde, wir wollen heute alles erklären und glauben nicht mehr an Wunder. Wir wollen alles erklären und wieso das und wieso jenes. Manches macht Sinn, dass man es erklären kann, aber wir sind irgendwo, haben verlernt, auch an Wunder zu glauben. Was geht jetzt in deinen Kopf vor? Sind wir heute bereit, an Wunder zu glauben oder müssen wir alles erklären können? Was hat dein geistlicher und seelischer Tank wirklich gelehrt? War es die Pandemie? War es Erlebnisse der Nachrichten? Enttäuschungen, Unterordnung, Unterkontrolle vom Staat. Da haben viele gelitten, wenn der Staat Dinge diktiert, hat das dein Tank gelehrt? Dein geistlicher Tank, dein Gesundheitstank, Unfähigkeit, die Zukunft zu planen. Da sind wir drin. Wir wissen nicht mehr, was wir planen können für die Zukunft. Mach das dein Tank leer. Diese Zeit kostet viel Leben und Energie und wenn dein Reservetank auch noch leer ist, alles leer ist und dann ist wirklich die Sache gefragt, tankst du alles, was du bekommen kannst. Die Social Media bieten dir wirklich alles, den ganzen Schrott von Anfang bis zum Ende. Die ganzen Medien bieten dir so viele Dinge. Ich habe da so auch eine Folie mitgebracht, die das wirklich so auch darstellt, wo wir mittendrin sitzen, in diesem Tanken, in diesem Konsumieren. Dann tankst du alles, was du bekommen kannst. Da, das und der sagt das und die alternativen Medien sagen das. Tankst du deinen ganzen Tank mit diesem Zeug auf. Da hat es Wahrheiten drin. Da hat es Halbwahrheiten drin. Da hat es Schrott drin. Alles Mögliche. Und wisst ihr, unser Leben ist eigentlich konzipiert, dass wir mit dem reinen Treibstoff des Heiligen Geistes laufen sollen. Wenn aber da eine Mischung drin ist, so eine Mischung mit Altöl, Schrott und Schutt und all diesem Mist drin ist und dann, wisst ihr, dann geht der Motor schon gar nicht richtig ernst. Kennt ihr das? Ihr habt ja alle voll elektronische Autos, die gehen schon gar nicht mehr, die trennen sich schon gar nicht mehr, wenn es nicht geht. Aber so ist es oftmals in unserem Leben. Dann fahren wir mit so einer Mischung von Mist. Und dann sagst du, aber ich war am Sonntag im Gottesdienst. Und ich lese jeden Morgen Bibel. John Eldred hat gesagt, und das habe ich diese Woche gehört und das finde ich toll, sagt er, wenn du 15 Minuten Nachrichten schaust, solltest du mindestens 15 Minuten auch in Gottes Wort schauen oder von Gottes Wort hören, damit das wieder bestärkt wird, was sich das andere entmutigt. Und ich glaube, das ist ein guter Rat, den wir befolgen können. So viel Glaube wurde verloren. Nur noch funktionieren. Wir funktionieren manchmal nur noch. Und das ist wirklich traurig, wenn der letzte Tropfen aus dem Reservetank raus ist. Den richtigen Treibstoff für dein Leben, den findest du wirklich bei Gott. Deine Seele verlangt nach Freiheit. Ist deine Seele wirklich frei oder gebunden mit all diesem Zeug, mit all diesem, ich sage ja jetzt nicht Sünde, wisst ihr, sondern all diese runterziehenden negativen Nachrichten, die mit dir was machen. Ist deine Seele mit dem gefüllt? Und ja, ich sage dir, die Tankstelle im Himmel war noch nie geschlossen. Aber tankst du vielleicht hier oder tankst du hier? Tankst du am Kreuz oder tankst du hier? Das ist die Frage, wie wir auch jede Tankstelle raussuchen können. Früher kannten wir in Karlsruhe eine Tankstelle, die war sehr, sehr günstig. Ich werde nicht den Namen sagen, sehr, sehr günstig. Aber die hatte minderwertigen Treibstoff. Heute darf man das wahrscheinlich nicht mehr. Aber die hatte minderwertigen Treibstoff. Und ich habe früher dort getankt, weil günstig ist günstig. Ja, und wisst ihr, und wenn du dann schnell gefahren bist, irgendwann hast du gemerkt, da ist kein Dampf drin. Da ist nichts drin. Und ihr Lieben, so ist es auch. Du hast auch heute die Wahl, die geistige Tankstelle. Nimmst du diese und das ist auch eine geistige Tankstelle, nur von einem anderen Geist. Von einem anderen Geist. Du hast ständig die Wahl. Wo tankst du für dein Leben, für deinen Geist, für deine Seele und für dein Leib? Die größte Überlebensaktion in der Bibel finden wir eigentlich bei Mose. Sie waren Sklaven. Das Volk Israel aus Ägypten wurden sie herausgeführt. Die ganze Geschichte von Mose möchte ich jetzt nicht erzählen. Und sie haben aber nie ihre Sklavenmentalität verlassen. Sie sind ausgezogen aus Ägypten. Und dann hatten sie keine Tibunstegs mehr und keinen Rostbraten oder was auch immer. Und haben gemeudert, wir wollen lieber zu den Ägyptern zurück, zu den Sklavenhaltern zurück. Und an die Töpfe, an die Fleischtöpfe von denen, wo wir, wo es uns gut ging vom Essen, dass sie Sklaven waren und gepeitscht wurden und so weiter. Das war ihnen in dem Moment egal. Sind wir Sklaven geworden von einem gottlosen System? Uns geht es wesentlich besser wie den früheren Ägypten. Aber wir haben so manche Dinge, sind nicht mehr so wie früher. Sind wir Sklaven geworden von einem gottlosen System, in dem wir leben? Das ist ja kein Geheimnis. In dem wir leben ein gottloses System. Wir leben auf dieser Erde und so vieles ist gottlos. Oder sind wir Reflektoren in diesem gottlosen System von der Herrlichkeit Gottes? Wir, ihr Lieben, wir sind die Reflektoren von dem, was am Kreuz geschehen ist. Ja, in diesem gottlosen System sind wir die, die den Unterschied machen, sollen, können, müssen. Wir, da ist nicht irgendwo, Jesus wird nicht heute Mittag am Marktplatz stehen und sagen, Leute, ich muss euch mal was ganz Wichtiges sagen. Nein, das bist du. Du musst nicht mal im Marktplatz stehen, sondern du musst ein Reflektor. Und du darfst ein Reflektor der Herrlichkeit Gottes sein. Das ist aber auch unsere Aufgabe. Mit dem, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Du kannst dich selber oder kannst deinem Ehepartner oder irgendjemand sagen, prüfe das, was du redest, mit dem ist dein Herz voll. Sind es die Nachrichten dieser Tage, ist dein Herz voll mit dem? Sind es die Dinge, wo du sagst, wie groß ist der Herr, ist dein Herz voll mit diesem? Was drin ist, kommt heraus. Mit den Reserven der alten Tage kannst du nichts mehr ausrichten. Das ist rum. Du brauchst Neues. Wie weit hast du dich in diesen gottlosen System integriert, weil du in der Wüste die Fleischtöpfe vermisst hast? Weil du wieder zu dem Alten zurück möchtest? Weil du sagst, ich möchte wieder versuchen, es alles so zu machen, wie es früher war. Ich möchte da zurück. Das sind die Fleischtöpfe Ägyptens. Ich sage dir, geh vorwärts. Auch in der Wüste, Gott versorgt dich. Einer hat es begriffen. Ja, dein Vater ruft, komm zurück zu mir. Der Drang nach Leben ist das Kampfgebiet deines Herzens. Welche Angebote nimmst du wahr? Der Fluss des lebendigen Wassers, er fließt und die Möglichkeit ist, dass du hineintrittst. Es ist unbeschreiblich wichtig und erneuernd und kraftvoll. Und in Hesekiel 47, Vers 9 heißt es, überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Und dieser Fluss fließt und er schenkt Leben. Und mir ist, während ich mich da vorbereitet habe, mir ist ein Bild vor Augen gewesen im Meer, wo man als Kind so Sandburgen baut. Dann nimmt man die Sandschaufel und macht so einen Graben und kann da zwei Meter das Meer in so einem Kanal auf den Strand lenken. Und ihr Lieben, diese Schaufel hast du im Gebet, wo du sagst, die Fülle ist da, die muss Gott nicht mehr schaffen, aber der Kanal zu dir schaufelst du im Gebet frei, dass es wirklich zu dir in dein Leben hineinkommt, wie hier, ihr seht, auch in dem Strand passiert ist. Vom Leben in der Fülle lesen wir in der Offenbarung 22, 1 bis 2. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Ist das nicht was Erfrischendes? Dieser Fluss ist nicht für die Zukunft, sondern er ist für dich jetzt. Es steht in der Offenbarung, aber dieser Fluss fließt auch für dich jetzt an deinem Leben vorbei. Du kannst zuschauen, wisst ihr, man kann an einem, wir haben ja fünf Kilometer weg von hier, den großen Rhein. Du kannst da außen hinstehen, ziemlich verdurstet und kannst sagen, boah, ist das viel Wasser. Boah, guck mal, dieser reißende Strom, der da fließt. Du kannst verdursten am Ufer des Rheins oder du kannst hineingehen und kannst von diesem Wasser nehmen. Es ist deine Entscheidung, ob du weiterhin mit diesen Reserven lebst oder mit diesen leeren Tanks lebst, wo du sagst, ach ja, früher, da war alles so schön, weißt du, das war alles voll und das war und da konnte ich in Fülle und sorgenlos leben. Und ja, ich sage dir, es ist eine andere Zeit, aber die Fülle ist nicht weniger geworden. Was wir nur, wie soll ich sagen, verleitet werden durch die Medien ist, dass wir nicht mehr Hunger haben nach der Fülle vom lebendigen Wasser, das aus Gottes Heiligtum fließt. Wir haben so viele Informationen, es kommt so viel Information, dass man kaum noch Zeit hat, drüber nachzudenken, muss ich auch mal mir Gedanken machen, wieder meinen Tank zu füllen, mit dem richtigen Füllgut und nicht mit dem Dings, dass ich montags in die Arbeitsstelle komme. Hast du gehört, was gestern da und da auf der Welt war? Katastrophe! Oder du kommst und sagst, ich war gestern im Gottesdienst, ich habe so einen tiefen Frieden, ich habe so eine Liebe und mein Gott ist mit mir, egal was kommt. Das ist der Unterschied, je nachdem, was du gedankt hast. Jeder, der Durst hat, kommt zu mir und trinke, heißt es. Da kannst du nicht nur mit dem Reservekanister auffüllen, sondern dein ganzes Leben. Wenn wir dauernd mit den Dingen zu Jesus kommen und sagen, oh mein Herr, fülle den ganzen Kanister, mach es wieder voll, jetzt sonntags. Das müsste gerade reichen. Ich sage dir, er will nicht dein Reservekanister füllen, er will dein ganzes Leben füllen. Wenn wir mit dem Reservekanister unterwegs sind, dann ist höchste Alarmstufe, dass wir wirklich dem Leben entgleiten und das Leben mit uns machen kann, was es möchte. Erfrischende Bibelstelle steht auch in Johannes 7, Vers 37, 38. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch wunderbar. Gott ist die Quelle für dein Leben. Sie möchte in dir fließen und sie möchte wirklich, dass du mitten im Fluss bist und gefüllt und überfüllt, dass es aus dir raus fließt. Gott ist die Quelle für dein Leben. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir wirklich diesen Fluss betreten, dass wir wirklich leben in diesem Fluss, dass wir schwimmen in diesem Fluss, dass wir mit Sehnsucht zu diesem Fluss kommen und sagen, Herr, fülle du mich, entscheide dich bewusst für diesen Fluss, wo du tanken kannst und der Heilige Geist, es heißt, wo der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes ist die Fülle. Der Geist Gottes ist die Wahrheit. Und Wahrheit ist das, was wir heute brauchen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Amen.